Was ist SEO? Was ist Suchmaschinenoptimierung? Sehr geehrter Herr Rhein-Paller, lieber Christian, du bist Suchmaschinenoptimierungsexperte. Was ist SEO? Was ist Suchmaschinenoptimierung? Also, danke für die Frage, Tom. Also Suchmaschinenoptimierung, was ist das? Eine sehr wichtige Frage. Im Prinzip geht es darum dabei, wie kann ich meine eigene Webseite, wie kann ich die bei Google, zum Beispiel bei der Suchmaschine, präsent platzieren und welche Maßnahmen muss ich tätigen, um genau hier wirklich auch präsenter zu sein und auch wirklich einen qualitativen und guten Traffic für meine Webseite über die Suchmaschine, über die organischen Suchergebnisse zu generieren. Lieber Christian, warum ist gerade Suchmaschinenoptimierung für KMUs so wichtig? Danke für die Frage, Tom. Also für KMUs ist es natürlich eine sehr große Chance, ein großes Publikum zu erreichen, weil die Reichweite-Suchmaschinen nutzen. Sehr viele Österreicher und sehr viele Österreicherinnen nutzen das für die Informationssuche, also wenn sie spezielle Informationen suchen, aber auch wenn sie vielleicht einen speziellen Kaufwunsch oder sie wollen etwas kaufen. Das heißt, das ist einfach die Plattform, wo man die Leute abholen kann und einfach mehr Leads generieren kann oder auch direkt Kundenakquise betreiben kann. Wie viele Suchen vor einem Monat in Österreich abgesetzt? Ja, dann reden wir zum Beispiel von 400 Millionen verschiedenen Suchanfragen pro Monat. Das heißt, es wird sehr viel genutzt und man hat sehr viel Potenzial, sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man den Kunden auch erreichen kann. Danke. Bitte. Absolut. Danke.